So Leute, jetzt geht's weiter. Wir sind nicht mehr allzu weit von Protorovka entfernt, aber haben trotzdem noch einiges vor uns. Ich guck jetzt, dass ich jetzt hier oben so schnell wie möglich da durchgehe. 1,20, 1,7, ja komm, das holen wir. Das holen wir. So. Dann hier lang. Kommt ihr nämlich hier mit runter. Okay, äh, Panzerabwehr hier noch. Plack. Und dann in der nächsten Runde. Ach, warte, das macht nichts. Wunderbar. So, Luftwaffe verlegen. Ach, hier. So, dann. Ja, macht sich ganz schnell vom Acker, Junge. Äh, hier raus. So. So. So, habe ich eigentlich, ja, ja, habe ich. Okay. Weitschutz. So. 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 Und er gibt nicht Yes So wir langsam wenn wir das jetzt hier machen ein problem sind jetzt hier die mienen die tun jetzt hier mit die wege komplett versperren ja deswegen ich hatte ein anderes problem ich kann die art nicht anwählen die luft ja kommt macht das dann aber du konntest gar nicht schießen wir können von euch da oben noch dann ist das eigentlich jetzt uninteressant auf den zu feuern sagen wir die art zurück weg also Bis zum nächsten Mal. Wenn man das erobern hat, erobern die das glaube ich nicht mehr so gut, ich weiß, ich weiß noch nicht. Ja komm, kriegt es gleich mit zwei Flagg zu tun. Ne, will er nicht? So, wie es mal passiert, ist man jetzt nochmal? Ah, schon wieder verwechselt. Na, also, darf doch nicht wahr sein. Machen wir das? Hm. Nächste Runde holen wir den da. Packen aber schon mal hier lang. Flagg hier hin. Aufklärer, ja. Infanterie. Sind wir hier in Position. Ja, hier hin. Jäger, hier hin. Ich krieg den da nicht raus. Ja, die Minie müssen weg. Minie muss weg. Jetzt habe ich hier nämlich kein. Hier kommen wir hier raus. Weil das ist wichtiger. Ist der da. Wegt. Okay, wie Stuka. Ähm. Okay. Ach du Scheiße, da kommen schon wieder welche. Oh. Okay, die scheinen hier in der Dauerschleife gerade anzurücken. Dann kommt weg. Okay, das. Dann kommt es weg. Und jetzt kommt es weg. Und jetzt kommt es weg. Und jetzt kommt es weg. so und die minen weg das ist ja wirklich lästig hochziehen hier gibt es nicht viele minen brauchst du diesmal keine angst zu haben ok sehr schön hier hin hier hin dann 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 jetzt 345 sich ja ich brauchte auch hier braucht man kann keiner von euch mit einem schnelle falle ich habe jetzt nicht dass du der wenige bis mit der schnellen ab doch einheit mit schneller also was ist doch dann ging das jetzt gerade nicht keine ahnung da ist er aber doch das war dann krieg ich den weg und du das noch weg kriegt hier noch mal muss sagen das war eine klare ansage der muss weg es 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komme ich hierhin? Komme ich hierhin? Komme ich hierhin? Komme ich hierhin? Komme ich das abgedeckst das? Eins, zwei, drei Eigentlich ist alles abgedeckt Statt 1, 2, 3, ja, müsste alles abgedeckt sein. So, ich ziehe mich aber jetzt trotzdem nochmal zurück, weil ich das geordnet machen möchte. Okay. Okay. Dann rücken wir hier vor. Wir rücken hier vor. Die Artillerie hier hin. Die packt hier hin. Flak deckt hier ab. Hier rückt hier mit. Artillerie rückt hier hin. So, hier rückt. Gucken wir mal, Panzerabwehr deckt hier ab. Warum fährst du jetzt hier hin, wenn ich dich hier hinschicke? Fährst du hier hin? Fertigelt an. Das ist nicht so. Hinschnecht an. Fertigelt an. Aber ich kann das nicht w�ern. Das sieht gut aus. Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? hier lang hier lang hat lori hierhin 2 3 1 2 3 1 2 3 passt hier hin und noch mal hierhin ok eine art laureate die luftwaffe hierhin ich hoffe ich hierhin ok ja es sind jetzt starke verbände wo ich hier auf boterhof dazu rücken ihr macht es hier die flanken ihr macht ihr das zu dass hier nichts mehr durch kommt jetzt bin ich gespannt was er kommt er geht wirklich auf die einheiten drauf dafür habe ich sie mir hier aufräumen so dann rücken wir mit dir hier lang und 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 Okay. Können wir hier machen, ja. Und hier. Oder auch nicht. Wenn ich hier hingehe, müsste es gehen, oder? Bist du ein du? Oh, du bist eine Flak. Interessant. Geh mal weg. Kann ich hier mal gar nicht gebrauchen. Okay. Okay. Und wieder zurück. Gut. Ähm. Weiter. Okay. 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 Oh nein! Nein, du bist ein ... Ah, falsch. Einheit falsch gedeutet. Einheit komplett falsch gedeutet. Okay, ähm, hierhin. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf unser Jogt. Ja, bäst du mir weg. hier höll ich aufpassen das bürger nicht über die flanken kommen und erst mal weg und gehen wir auf dich drauf 8 hier nach oben die 8 8 hier hin ja wohl Hm. ok da musst du ein bisschen pressen ja ok ich würde ganz was gucken bei ziele ja das normale jahr und das ist das entscheidende sieg und ab da gibt es dann den wendepunkt ach du hast keine munition dass ich gott ok drei schaden holler die weite was das bitte für eine flag sagt mir dass ich das jetzt hier falsch gesehen habe ich habe ich habe Okay. Ja, das Set natürlich jetzt wieder für den... Ah, ich bin Gott. So. Ich bin Gott. 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 Ich bin Gott.